liebe leute hallo herzlich willkommen zurück folge 34 schon kann das sein das sind ja hier schon zustände kennen wir sonst nur aus eu4 fast wobei es gibt auch noch ein paar andere wirklich lange geschichten hier auf dem kanal war klar radio 4 tendiert dazu mal so richtig ich glaube ganz so lange also 60 50 60 70 folgen werden es eher nicht werden aber wir gehen noch stabil auf die 40er marke zu planen diese episode natürlich unser neues land quasi erstmal für uns erschließen würde ich sagen jetzt müssen wir erstmal hier zurück bauen und dann hier entsprechend die verteidigungsanlagen ausbauen deswegen fangen wir noch genau damit erstmal das ist ja alles ein bisschen wegzunehmen jetzt hoffe ich natürlich nicht dass jetzt nicht in diesem moment gleich hier irgendwie die räuber banden uns angreifen werden das kann weg die türme können ja im grunde so stehen damals zwischenstürme das heißt es hält sogar in aufwand in grenzen was wir auch neu errichten müssen wir gucken mal kurz auf den händler ist denn ich hier wo ist er er steht doch sonst immerhin die leichen ich finde den händler nicht weil er war immer hier normalerweise an diesem lagerfeuer was wir mittlerweile zum schönen ofen umgebaut haben überlegt ob wir dann zu einem anderen lagerfeuer haben wir ja gar nicht mehr diesen einrufen die kamera hingeworfen auf nach hause zwei nachträge die ich noch habe ein nachtrag ist ich glaube ich letzte vor vorletzte folge glaube ich angekündigt dass die ich vor der people spielen möchte ich habe es tatsächlich auch angespielt und dann aber festgestellt am release tag ist doch nicht so meins funktioniert glaube ich nicht als let's play deswegen kein for the people spiel gerade aber mit denen ich noch ganz fleißig dreamscape und ender august dass quasi die zweite anmerkung jetzt kein nachtrag sondern die anmerkung kommt richtig gute spiele 28 oder 29 ganz sicher doch am 28 kommt windbound so eine art survival 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 selder was ganz cool wird wo wir zwischen verschiedenen inseln unterwegs sind und geheimnis entdecken und aber auch ein bisschen ums überleben kämpfen ist das spiel mit denen ich zusammen das ist wirklich safe hundertprozentig und am ersten kommt zu vergessen ersten september kommt ein ganz großartiges spiel mit dem nirmen es fällt mir gleich wieder an drei neue menschen ist der siedlung beigetreten der rückbau geht voran iron harvest am ersten september kommt iron harvest heraus durch da mal den letzten trailer an der ist der hammer es hat mich komplett weg geblasen also richtig schöner render trailer der eine menge eine menge kann schönes rts setting quasi so post erster weltkrieg würde ich sagen ganz grob veranlagert veranschlagt der tor 1 oder 3 teile also ats mit max ich glaube mehr muss ich nicht sagen oder ich glaube da hat das an alles mit gesagt das wird es geben klar kursailer kings habe ich auch ein auge drauf weiß ich aber noch nicht so ganz sicher jetzt bin ich unsicher wo genau will ich das tor setzen gemacht sind weil hier noch ein turm liegt daneben also august ist ein bisschen friedlich aber ab september eskaliert komplett und ich habe auch einen blick auf port royal geworfen was ende september kommt das port royal 4 glaube ich schon sein müsste da habe ich sehr sehr große laune drauf nicht mehr wirklich indie aber auch kein riesenteam ist das entwickelt und ich bin ein großer fan der patrizia serie schon immer gewesen und port royal ebenso so jetzt müssen wir hier noch ein teil rausbrechen jetzt links oder rechts um dieses tor hier reinzusetzen ich will hier einen turm haben in der ecke da können wir schon mal ganz definitiv von ausdehlen plattform 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 ich will noch ein turm setzen ja dann geht es hier noch weg und hier kommt noch ein turm hin wir rüsten jetzt hier richtig auf jetzt ein tor finde ich verdient schon mal einen direkten turm was ist hier weg damit und es wurde noch die frage gestellt der ich gerne nach dem möchte ob man wenn man häuser baut eigentlich auswählen kann zwischen typen und ja es gibt varianten aber tatsächlich nur zwei an der zahlen ok variante wir haben immer die andere variante gebaut und es ist ganz ehrlich die sind sich so ähnlich ich sehe keinen unterschied haben die andere auch medium ob solche gebäude irgendwelche varianten noch zur auswahl gehabt hätten weil das finde ich das fett schon auch also die die einzelnen wohnreise ist schon sehr ja wiederholt sich ein bisschen sagt mauer rein fällt leute wir ernten das war noch ab und dann kommt es weg dann möchte ich aber ja ist ein bisschen doof jetzt habe ich diese botten lasse ich die kirschbäume ich wäre es schon cooler wenn hier dieser weg richtung fällt eigentlich frei ist es sieht ein bisschen komisch aus meiner muss leider weg dann kommt hier nämlich das feld noch weg solche zwei kirschbäume weggerissen die ich eigentlich so eine schöne allee ist denn damit das reicht nicht für die allee wir bauen fleißig fleißig weiter plattformen jetzt wird es hier kleiner sprung hier hoch und hier wird es schwierig schwieriger da geht es gar nicht da müssen wir quasi zack zack hier könnten wir den turm noch anknallen die nochmal abbruch abbruch zack und hier noch ein turm hier noch ein turm hier noch ein turm ganz oben hier könnte auch ein turm hier könnte man tun es wird ein bisschen eng eigentlich oder irgendwann ist quatsch und die lücke akzeptiere ich dass der turm ich glaube damit können wir das ist dann unser neues so wo ist jetzt der fucking händler hier sagt mir bitte wo seht ihr hier den händler kann es sein dass ich dieses staat hier an dem lagerfeuer das kann ja gut weg ach du scheiße verstärktes schild aber es gibt nicht mehr wirklich was ich kaufen will oder ich meine klar wir könnten mal so ein deal schon machen aber nee das kriegen wir schnell die frage ist ja brauche ich ein lagerfeuer ähm für die händler oder wo gehen sie hin wenn es kein lagerfeuer mehr gäbe wichtige frage die ich finde so lustigerweise jetzt wo ich hier die verteidigungsanlagen innen gebaut habe sieht dieser raum den ich hier quasi genommen und erschlossen habe äh schon nicht mehr annähernd so groß aus wie ich dachte so will platz haben wir hier gar nicht geschlossen fürchte ich fast aber schauen wir mal also nur mal theoretisch ne das stein mal äh könnte man äh schon so ne das wäre ungefähr hier so müsste weiter nach links sogar ach ne so geht's nicht das würde hier so gerade so irgendwie nur reinpassen das wäre auch nicht so attraktiv finde ich ne ne das sehe ich hier nicht aber wir bleiben dabei dass wir hier stelle setzen wollten haben wir ja gesagt dass wir das ausbauen wollen ähm ich sag mal zwei auf jeden Fall und dann gucken wir mal weiter von da aus gehen ne dass wir hier so ein bisschen das diversifiziert kriegen ich weiß nicht lassen wir hier so eine ganz große Straße und dann setze ich hier mal zwei stelle mit dem abstand ja ein bisschen ne ich finde das immer ganz angenehm wenn die ein bisschen Platz zueinander noch haben ja hier ragt es dann wieder ein bisschen mehr auf diese Achse das ist aber total okay 500 Leinen um Gott das nennen den Platz hier da sehe ich ungefähr vier weitere Wohnhäuser und oder äh weitere stelle aber jetzt erstmal plus zwei stelle ähm das sind ja 30 weitere Tiere damit kommen wir nahrungstechnisch auf jeden Fall ganz gut hin äh gucken wir erstmal bauen wir die stelle und dann gucken wir uns die Limits mal an eins nach dem anderen dann haben wir das noch im Bau Tüme sind noch im Bau es fehlt ein bisschen an Eisen aber passt vier Eisenärzte ne ich überlege ob man diese Mine hier auch bei Zeiten noch ausbauen sollte ja so haben wir äh es fehlt Holz ne sehe ich das richtig jetzt habe ich keine Ahnung wo mein Holz doch 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 irgendwas war hier ja was haben wir hier eigentlich gut schau ich ähm hier ist ja kaum was da ist ein Tannin Gebiet das wollen wir natürlich lassen wie es ist können das hier direkt hier ist auch Tannin ne überall sammeln wir Tannin wisst ihr was ich glaube wir brauchen nicht mehr so viel Tannin das kann man weg können wir hier auf jeden Fall ein Tannin Gebiet wegnehmen holzen wir da mal ein bisschen ist jetzt natürlich wieder Erntezeit aber das geht relativ flott oder das Gefühl der Herbst hat gerade erst angefangen wir sind bei 73% Auslastung was ist denn hier los hier ist noch ein Feld hier ist noch ein zweites Feld will ich ja auch mal einen Blick behalten jetzt so die Korn Stroh Relation gerade wenn ich jetzt 30 weitere Tiere würde ich ja nicht schon reinhauen die Nahrungssituation ist glaube ich wieder im Griff ne aber klar im Grunde kann man sich ich wurde mir in den Kommentaren auch eine Gedanke zweiterweise ein bisschen vorgerechnet natürlich so ein bisschen auch alles mal zusammen addieren dann kommt auch oft nicht mehr ganz so viel hin gemüsetechnisch jetzt wo ich ja festgestellt habe dass es doch was länger hält stehen wir glaube ich ganz gut da mit steigender Bevölkerung will ich auch hier und da mal ein Blick wieder in die Lagerhäuser riskieren ich meine da ist schon noch Platz aber auch nicht endlos ich meine da sind natürlich viele angefangene Stacks da noch immer dabei ich würde jetzt noch keinen Alarm schlagen unser Getreidespeicher diesen das passt das passt das ist in Ordnung was ist das eigentlich mit Nüssen in der Haltbarkeit ein halbes Jahr nur also wenn ich hier ein paar Haselnüsse rumliegen habe oder sowas na gut ja schon nicht so lang also irgendwann außen ja innen nicht so sehr ist in Ordnung hier ist auf jeden Fall noch zu tun das Feld kommt jetzt weg ich sehe nämlich auch gerade jetzt nicht den ganz großen Flachsbedarf wir haben 32 Leinen das ist nicht da wirklich ganz gute Dinge hier ist ein ganz schöner Weg Richtung dieser Brücke wir gucken mal ein bisschen auf die Arbeitsmittel drauf das sieht gut aus Pferde nur 6 da werden wir das Limit erhöhen um da die Population zu stabilisieren wir können ja wirklich komplett neu rangehen ähm Tier Limits ah es fehlt tatsächlich ein Holz aber kommt ne kommt ein bisschen tiefer hier rein natürlich muss man noch jemanden ja falle mal ordentlich weg äh zwölf Wissen oh wir haben ja boah wir haben wirklich alles schon freigestellt bis auf verstärkte Schildern jetzt zack und dann noch zwölf Wissen und dann mit Ketten Ressau und da bin ich gespannt was dann eigentlich noch kommt ob man mit dem Wissen dann noch irgendwas anfangen kann überhaupt und wo der Händler sitzt ist aha äh hallo ich seh ihn nicht ich seh ihn wirklich nicht doch Gott gletscht sich hier irgendwo rein hat mir Pferde mitgebracht aber Männchen ist uninteressant äh brauche ich alles nicht passt ein bisschen ein Blick aufs Eisen Erzwerfen ich glaube ich werde mal die zweite Mine ausbauen tiefe Eisen gut 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 oh das sieht schon gut aus unser kleines ich bleib dabei kleines Städtchen ich glaube wir werden auch noch ganz schön expandieren hier dieser Bereich ist natürlich ein bisschen schwieriger hier großartig zu expandieren ich glaube da wird es bei Feldern bleiben aber haben wir schon skizziert dass wir eher hier noch glaube ich erweitern beziehungsweise hier zur Flussseite äh den Teil noch mal ein bisschen ausbauen mhm weil jetzt muss hier das erstmal wir haben ja erstmal platt das muss erstmal gefüllt werden dann erste große Baustelle also wir haben ein paar Baustellen ne aktuelle Baustellen gehen wir mal durch äh natürlich die die Nahrungssituation denn wir haben nach wie vor dramatisch wachsende Bevölkerung wir knabbern an den 100 dann müssen wir gucken dass wir da Schritt halten jetzt zum Beispiel Winter sämtliches Gemüse und alle Nüsse sind schon wieder weg also ich glaube wir können fast noch mehr Hülsenfrüchte anbauen die halten sich ja äh die werden im Sommer geerntet wo haben wir nochmal hier Erbsen äh Hülsenfrüchte die werden im Sommer geerntet halten sich ein halbes Jahr und wenn ich das hier richtig verstehe dreimal länger haltbar also anderthalb Jahre also easy gar kein Thema das heißt wir können durchaus äh hier mal noch ein bisschen investieren nämlich in lecker Kichererbsen zum Beispiel war ja auch noch so ein Thema dass wir gesagt haben wir wollen uns mal angucken ähm ob unsere Felder vielleicht mal ein bisschen weniger Stückwerk ähm angesagt werden hier weil es ist auch ein bisschen schwierig lege auch nach wie vor ich habe diese äh diese Hasernussbäume zum Beispiel ich muss mir vorstellen dass wir die wegnehmen und durch ein Feld ersetzen ähm und hier zum Beispiel eher noch Bäume pflanzen können wir uns mal angucken ja ist mir zu eng aber hier haben wir jetzt eine Menge Platz geschaffen oh ich könnte mal fast Felder denken hier vielleicht noch ein Feld Kichererbsen ah ist eklig sieht nicht gut aus gefällt mir nicht aber ich mag eigentlich den Gedanken dass wir diese Flussseite hier mal für ein bisschen für uns entdecken ja doch das machen wir hier kommen Kichererbsen hin und Haselnüsse wenn es geht ne ne was ist ja das ist ein ideales auch hier die vier zack ja das können wir dann schon wieder umbauen das Arbeitsgebiet ist nicht so viel zu holen da haben wir überall Tannin komm wir holzen hier einfach mal rein das hat sich ja mittlerweile auch ganz gut entwickelt hier diesen Tal Kessel aus den ganzen Kirschbäumen darf man gar nicht vergessen aber das finde ich schön das finde ich wirklich gut wenn wir jetzt sagen komm wir gehen nochmal auf die andere Flussseite das ein bisschen jetzt hier für uns entdecken und wenn wir die Haselnüsse würde ich hier vielleicht irgendwie perspektivisch auch noch ein anderes Feld setzen weil der Boden hier so gut ist hör doch mal auf zu donnern so die Stelle sind fertig ach idiot oh ich voll idiot ich hab's nicht gesehen ich hab die falsche Stelle gebaut oh und jetzt gesehen ja 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 er ist jetzt nicht so dramatisch da ist noch nicht viel passiert das ist schon ein bisschen doof ah das ist cool jetzt würde ich die Brücke auch mal benutzen wenn es die Wege auch mal so angenommen wie ich sie gerne hätte ah hier ist noch ein Baumferdgebiet das nehmen wir erstmal raus ich bleib jetzt erstmal wieder bei einem das ist super das ist super boah was wir ja schon erschlossen haben das ist ja Wahnsinn ich spekuliere so ein bisschen drauf gucke auf die Uhr ob wir vielleicht die Hunde dann noch hinkriegen in dieser Episode die Hunde dann einen Monat ah ja aber Hülsenfrüchte Früchte Nüsse das ist ein Thema ich glaube da möchte ich auch weiter ansetzen beim Getreide beziehungsweise Strom müssen wir natürlich mal gucken wie viel die zusätzlichen Tiere verbrauchen ich glaube das wird ein Thema werden hier Bäume zum Beispiel noch neben unser auf den Hang unser Mini Stone Edge aha wie sähe das aus für uns die kommen weg hier guck mal ein Feld hin ok nix äh was hat mir Kichel sind immer mal ein paar Wiglinsen ist noch ein ordentlich großes Feld zack ich hab dir ein relativ schmaler Pfad aber ist in Ordnung na wobei ich möchte es ein bisschen größer möchte ich es schon haben ich kann es nicht mehr weglöschen aha ok das Spiel sagt nein das darfst du nicht erbrechen du bist nicht ist in Ordnung alles gut ich weiß die Suchenstrukturierungen mit den Bäumen die kosten natürlich auch immer wieder ein bisschen Zeit aber da fände ich es Quatsch was er so in diesen Weg reinschlägt hier vielleicht noch mhm oh je hier können wir sogar vier besetzen die Frage ja und diese gerodeten Haseln muss Bäume wieder ein bisschen reinzuholen zwei in der Ecke hier hier nochmal vier dann hab ich die quasi wieder ausgeglichen die ich gerade abgeholzt hab plus nochmal vier dazu und dann noch zwei Felder und dann haben wir glaube ich an der Hülsenfrüchte Front ein bisschen was gedreht was ist hier eigentlich das sind das sind so einzelne Felder das ist ein sehr kleines Flachsfeld da müssen wir mal ein Auge drauf halten unser großes Flachsfeld eine große Gerste nochmal Flachs und hier die großen großen Felder vorm Tor das konnte man gar nicht größer machen glaube ich hier oder das Linsenfeld das geht ja hier eigentlich noch eine Reihe könnte es dann noch geben aber sowas lässt das Spiel dann auch nicht zu wenn ich jetzt sage ja der macht ja ich kann es gar nicht so ranbauen naja ach so dumm den scheiß Stein jetzt hab ich es ja einmal quasi völlig umsonst das bauen lassen ich würde es gerne noch fertig kriegen ich glaube wir sind doch schon im Bauprozess dann können wir die Tierlimits noch einstellen hier die Geschichte ist fertig sieht teilweise ein bisschen abenteuerlich aus eher so ein Buchseilgarten gewonnen aber 500 500 500 so ok ja Leute wo seht ihr aktuell noch Bedarf gerne mal in den Kommentaren wo ihr jetzt sagt wo auch infrastrukturtechnisch vielleicht mal was passieren muss würde mich interessieren gabt euch noch den Vorschlag das Ding wenn ich mich irre auszutauschen durch eine Plattform ich baue persönlich darauf dass diese Plattform äh entsprechende Range hat sehe aber durchaus den Punkt ja vielleicht doch doch vielleicht hast du habt ihr recht ähm ne das letzte wie wäre es wenn wir hier ist auch sehr eng hier jetzt wenn wir hier das dann ja hier das dann Transportposten dafür den weg und hier dann ins Eck auch noch eine Plattform reinsetzen weil das stimmt schon diese diese Ecke hier wir waren von hier angreifen über die Brücke gekommen und dann diese Ecke angreifen die haben nur diesen Turm beziehungsweise nur diese Plattform vor sich erstmal ich weiß nicht ob ich diese Plattform hier ähm sein Teil dazu beitragen kann so die Steinstelle sind fertig wunderbar ich erwarte noch dass das hier zurückgebaut ist dann kann ich hier gleich weitermachen also jetzt vergesse ich das äh sofort jetzt haben wir das hier nur abgerissen zack so Tierlimits äh wo sehe ich den insgesamt warte wie viel habe ich den jetzt insgesamt gehen wir doch mal hier drüber 105 wirklich ich hab so na hä sicher ich hab warte mal 1,2,3,4,5 macht 75 ne oh doch oh doch 75 plus 30 macht äh wenn ich mich nicht irre 105 dann hab ich mein Potenzial gar nicht ausgeschöpft bisher warte mal wo waren Tiere da äh was haben wir denn bisher gehabt 30 40 55 65 75 okay doch wir haben es ausgeschöpft puh okay Pferde mindestens 15 das bringt uns auf 80 hm ja komm wir machen mal alles mindestens auf 15 jetzt haben wir 90 ne ja so könnten wir nochmal 15 drauflegen ich glaube Schafe brauchen wir nicht wir haben haufenweise Wolle sehe ich nicht so einen Bedarf Ziege wäre eine Idee für äh Milch äh bisschen diversifizieren sind wir bei 95 äh Fleisch war auch immer durchaus mal ein Thema beziehungsweise wenn wir noch mehr Flüge haben ich würde mal auf Schweine noch hochgehen ich glaube mit den Lasttieren kommen wir noch ganz gut aus aber wir gehen beim Vieh auch nochmal hoch so viel habe ich gezählt äh 60 90 90 105 ne 23 60 90 105 okay das sind gute Limits finde ich Schafe brauchen wir nicht so viel weil wir nicht so viel Wolle brauchen aktuell Ziegen für Milch äh gleiches gilt für äh Vieh aber die auch unsere äh Feld unsere Flüge auf den Feldern ziehen können Schweine ja hauptsächlich für Fleischproduktion Esel fand ich schon gut Pferde müssen wir auf jeden Fall ran oh ich sehe auch Pferde ist einfach funktioniert nicht ne funktioniert überhaupt nicht Schweine auch schwierig oha unsere komplette Schweinepopulation auch nur bei neun alles männliche Tiere Schweine und Pferde sind ein Thema Pferde wäre immer schon schwierig aber Schweine jetzt muss ich fucking Wildschweine suchen gehen jetzt geht's aber los ich fürchte es sprengt jetzt ein bisschen den Rahmen dieser Folge würde es eher gerne noch machen weil ich es garantiert vergessen werde ich habe nämlich nur Zeit jetzt mal eine so eine Folge einzustreuen danach ähm mache ich erst mal ein kleines Päuschen einen anderen Kram äh wir beenden mal die Folge mit Blick auf die Steinstellen merke ich mir vielleicht und fällt mir vielleicht wieder ein dass ich ähm dass ich da noch was machen wollte das Ding hab ich gerade gestoppt das gucken wir ein bisschen weiter an den Rand so das ist eine Sichtachse wenn ich hier direkt auf so eine Fahne gucken muss so Freunde äh wir haben auch eine Menge geschafft ähm unser neuer Stadtteil erschlossen erwächst wächst jetzt wo sich hin wir haben neue Felder angelegt äh neue Bäume um der stetig wachsenden Bevölkerung von Babylon gerecht zu werden jetzt über 100 Plätze für Tiere in unseren Ställen das ist auch ein richtiger Sprung glaube ich um auch einfach mithalten zu können in der Bevölkerungsentwicklung kann und wird wahrscheinlich bedeuten dass wir relativ bald ähm mehr Getreide und Stroh brauchen Stroh geht glaube ich doch aber Getreide jetzt im Frühling wir haben nur noch 16 das könnte echt knapp werden ich glaube wir sind aus der Nahrungsmittelkrise noch nicht so ganz raus also es droht nach wie vor Hunger in Babylon da werden wir auf jeden Fall gegen vorgehen in der nächsten Episode macht's gut bis dahin ciao